Der GTA-6-Trailer ist endlich da. Er ist früher gekommen als erwartet. Und wir schauen ihn uns gemeinsam mit euch an und analysieren ihn. Geht direkt weiter, wa? Geht direkt weiter. Geht direkt weiter. Ohne Umschweife. GTA-6, der Trailer. Geil. Ist endlich da. Ja, ich hab, glaube ich, noch nie so intensiv einen Trailer geguckt. Und wir sollten, glaube ich, direkt anfangen. Die Sache ist, du bist nicht der Einzige bis jetzt. Stand jetzt haben 52 Millionen Leute diesen Trailer bereits geguckt und wahrscheinlich Tendenz steigend. Es wird wahrscheinlich der meistgeklickteste Trailer auf YouTube werden. Ich glaube, er wird Avengers Endgame-Trailer ablösen. Werf ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ja, nee, komm, lass uns ohne Umschweife direkt einfach rein. Nein, ihr wollt ihn auch sehen. Ihr wollt ihn auch sehen. Theoretisch sollten wir ihn einmal am Stück laufen lassen. Wir lassen ihn einfach jetzt einmal ... Einmal am Stück? Wir müssen ja ... Wir können ihn auch verlinken. Also, wir haben ihn ja auf der Offizien-Rockstar-Sender. Wir können auch einmal am Stück laufen lassen. Wir können jetzt tatsächlich auch einfach sonst einmal ... Über das Spiel reden? Wir können einfach jetzt einfach lassen, dass die Leute den Trailer sehen können. Ja. Und danach gehen wir dann einfach direkt in die Analyse für jede einzelne Szene. Definitiv. Bin ich absolut mit dafür. Also, ich find den Trailer bisher ziemlich cool. Ich hab ihn jetzt, glaub ich, vier- oder fünfmal schon gesehen. Weil gestern Nacht um, ich glaube, halb eins deutscher Zeit wurde er einfach gedroppt. Das hatte so ein bisschen was damit zu tun, dass er wurde vorher schon auf Twitter, beziehungsweise X geleakt. Dann wurde der Account von der Person, die es gepostet hat, wurde gesperrt. Und eine halbe Stunde später war dann dieser Trailer online auf YouTube. Und eigentlich war der dafür angesetzt, dass er heute um 15 Uhr eben rauskommt. Ich bin einfach aus dem Bett gesprungen heute Morgen, als ich's gesehen hab, weil ich den Trailer ... Ich wollte die gestern Nacht noch schreiben und dachte mir so, jetzt ist aber spät, ob ich die noch schreibe. Dann wär ich auch gestern Abend noch mal aufgesprungen. Nee, ich bin heute Morgen, als ich's gesehen hab, direkt meine Schlappen an, Decke übergeworfen, weil ist kalt. Und bin ins Wohnzimmer gejoggt, um das Ganze dann auf meinem 4K-Fernseher zu sehen. Verdienen. Also absolut auch richtig so das zu tun, weil der Trailer sieht auch wirklich richtig, richtig gut aus. Und wir haben uns ... Wir haben uns wirklich die Szenen Stück für Stück angeschaut, auf Details geachtet. Ja. Sind wir nicht die Ersten, aber die Besten natürlich. Natürlich die Besten. Und ja, gleich werden wir einmal reingehen. Da sehen wir schon einmal für Vice City natürlich, das GTA 6-Log. Und es kommt 2025. Wir haben endlich eine Bestätigung, wann es kommt. Weißt du, für welche Plattform es denn überhaupt rauskommt, Jan? PlayStation und Xbox, hat mir jemand gesagt. PlayStation und Xbox, das ist richtig. Genau, und für PC ist es erst mal noch nicht angekündigt. Wir kennen Rockstar Games. Rockstar Games brauchen teilweise ein Jahr locker für die Portierung. Also müssen PC-Spieler sich wahrscheinlich bis 2026, vielleicht sogar 2027 noch gedulden. Ich kann's mir fast vorstellen. Aber bis dahin können sie ja 50 Mal die Trailer gucken, locker. Oder sich in der Zeit halt eben eine PlayStation 5 oder Xbox kaufen. Wie das geht, verraten uns ja auch die beiden Hauptcharaktere. Also wäre eine Möglichkeit, dafür Geld zu bekommen. Definitiv. Lucia und Jason. Genau, der Trailer geht auch direkt los mit erst mal einem Blick über die Stadt. Was haben wir denn da schon ... Da haben wir zum Beispiel hier unten so einen Bier-Truck, den wir jetzt sehen können, mit Patriot-Bier. Ja, das ist eine der vielen neuen Marken, die du entdeckt hast. Es gibt so viele Bier-Marken, dazu kommen wir gleich noch. Also ich hab nur ein paar aufgeschrieben, aber dazu kommen wir später zu. Ja, wir sehen klassisch, eine Autobahn natürlich gehört eigentlich zu jedem GTA-Spiel. Fahrzeuge unter anderem mit Bootanhänger wieder. Also man kann auch dann offenbar wieder mit Booten durch die Gegend fahren. Nicht nur auf dem Wasser, sondern auch auf der Straße. Man sieht im Hintergrund auch sehr schön unter anderem das Gefängnis, wo wir dann gleich Lucia antreffen werden als Hauptcharakterin. Und links sieht man so unter anderem eine Hebebrücke. Also eine Brücke, die halt quasi einfach komplett hochgezogen wird und wieder runter geht. Ja, genau, so ein bisschen auch so Staudamm-mäßig. Und was uns beide ein bisschen irritiert hat, war der Mast, der riesige Mast im Hintergrund. Ja, der ist so ein riesiger Mast. Also die Sache ist ja bei GTA V, das ist ja leider auch schon so, dass sie viele Sachen eingebaut haben wie den Staudamm, der dann halt irgendwie nicht genutzt wurde von der Story oder vom Online-Modus. Vielleicht ist das wieder so ein Ding, vielleicht haben sie daraus gelernt. Ein enormer Funkmast für Basejumps. Also man kann auf jeden Fall sehen, ein Flugzeug ist da auch, und da kann man bestimmt dagegen fliegen. Da kann man garantiert gegenfliegen, ja. Und man sieht auch eine Stadt im Hintergrund. Ja. Ob es die eine Stadt ist? Ob es Vice City ist? Es sieht nicht so aus nach Vice City. Also ich kenne mich in Vice City mittlerweile so gut aus, ich kann da ohne Map rumfahren. Und das sieht noch nicht für mich aus wie das klassische Vice City. Vielleicht ist es auch der nicht bekannte Stadtteil, falls er seiner ist, Leonida. Aber wie wir darauf kommen, sehen wir auch gleich natürlich. Genau. Lachen wir uns ohne Umschweife einfach weitermachen. Weil da sehen wir jetzt das Bild von dem Knast und die Hauptprotagonistin Lucia. Ja. Und Lucia scheint gerade aus dem Knast entlassen worden zu sein. Da haben wir hier ihre wahrscheinlich Bewährungshelferin. Vielleicht, ich hatte schon so ein bisschen gemunkelt, vielleicht wird das so ein bisschen sein mit dem Dr. Friedlander, also diesem Psychologen mit Michael. Ja. Dass man vielleicht immer wieder zu der kommen muss und mit der zu reden. Also dass sie vielleicht noch mal einen größeren Part in der Story spielen könnte, weil vielleicht ist sie auf Bewährung raus. Und das sieht so ein bisschen danach aus, dass sie halt ... Man muss da schon sagen, finde ich, man sieht sehr gut die Animation, die Gesichtsanimationen, die sind natürlich wieder ... Ja, das sieht super aus. Ich meine, dass Rockstar-Gesichtsanimationen kann, haben wir zuletzt bei Red Dead gesehen, Red Dead Redemption 2. Ja. Ähm, das ist natürlich hier ein ganz anderes Spiel, ganz andere Pace, aber auch da, also Gesichter und so. Wobei ich hier auch finde, man sieht so schon ... Die Ender ist schon gut geworden, ja. Die sind noch super weit vom Release entfernt, natürlich. Ja, zwei Jahre. Also, selbst für manchen Dingen, wo ich dachte, grafisch, oder könnte man vielleicht noch mehr machen. Aber die haben noch Zeit. Ja, also, die Sache ist ja auch, es muss ja auch flüssig laufen. Natürlich. Sagen wir mal so, GTA V, da zum Beispiel mit der letzten, mit der PS5-Fassung, mit Raytracing und sonstigem und 60 FPS zum Teil, das sah auch gut aus. Ähm, ich bin eher dafür, dass es jetzt flüssiger läuft, weil GTA V, als es rauskommt, auf der PS3 liefert, nur mit 30 Frames. Ich hoffe, hier haben wir 60 Frames, quasi die PC-Behandlung. Und dass die Engine halt so potent ist, trotzdem noch viele Details und gerade auch Menschenmassen, die wir auch noch sehen, werden flüssig darzustellen mit alles. Und ich glaube, dass die Engine dann eher darauf ausgelegt ist. Und, ähm ... Was ich eigentlich sagen wollte, ist nämlich, ich finde, man sieht so bisher zumindest einen schon und leichten Unterschied zwischen Hauptcharakter und MPC. Also, halt ein MPC, weil ich finde, sie, auch von ihrer Hauttextur, von ihrer ... Sieht aber beide schon sehr gut aus. Also, grad die Haare von der Bewegungshälfte. Es ist Meckern auf superhohem Niveau. Ja, ja. Ähm, auch die ganzen Details und was wir hier alles haben. So leichte Spiegelungen im Hintergrund. Aber so dieser Moment, wo sie sich zum Beispiel umdreht. Da dachte ich schon so, hm, das ist jetzt so, das sieht schon sehr gut aus. Könnte auch ein bisschen Cyberpunk sein, ne? Ja, das stimmt. Könnte auch ein Shot aus Cyberpunk sein, um ehrlich zu sein. Sieht auch so, glaub ich, gleich diese Härchen auf der Haut und so was. Das ist schon krass. Das sieht schon gut aus. Also, das ist ja alles natürlich in der Ingame-Engine, glaub ich, gerendert. Die machen das ja immer so. Sie zeigen quasi keine echten Spielszenen, sondern was die Engine quasi alles kann. Ja. Aber Rockstar Games ist jetzt auch nicht so bekannt für Downgrading irgendwelche Sachen, ne? Also, die haben schon immer ... Das, was sie gezeigt haben, haben sie zumeist auch versprochen. Und, ähm ... Gehen wir einfach zum nächsten Versprochen. Und hier sehen wir schon Delfine, ne? Also, wieder ausreichend viele Tiere. Ich meine, über 100 Tiere waren bei Red Dead Redemption. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele es bei GTA 5 waren, aber ... Bei Red Dead waren's mit zu viele Vögel, die man suchen muss. Sehr viele Vögel waren's da. Und alles mögliche andere an ein Getier. Also, hier haben wir sogar Delfine. Delfine in ihrem Badewasser. In ihrem Badewasser. Ähm ... Äh, 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 äh. Da haben wir noch Zeit für Witze, Mensch. Ja, und alles stimmt. Ähm, dann haben wir natürlich ein Boot, was vorbeifährt. Also, Bootfahren wird natürlich wieder mit dabei sein. Ähm, bei GTA 5 City gab's ja nur ein Boot, glaub ich. Oder zwei. Ah, nee, Quatsch. Es gab mehrere Boote. Es gab ja das Bootrennen. Und stimmt, es gab noch mehrere Boote. Es gab nur ein Flugzeug. Es gab nur das Dodo. Ja, und da musstest du viel Skill beweisen. Da musstest du wirklich viel Skill beweisen. Aber wir sehen halt hier auch schon diese ... die Flüge, die halt vorbeifliegen mit diesem Blick auf den Strand. Das sieht halt alles schon echt wahnsinnig gut aus. Also, hier haben wir auch den ersten Schwenk mal so ein bisschen auf die Stadt. Ja. Ähm, wo man halt auch so ein bisschen mehr so die Menschenmassen sieht, was ich auch total interessant finde. Also, ich hoffe, dass wir das halt alles flüssig darstellen können. Und auch mit dem ganzen Schattenwurf, den wir hier halt da haben, ähm, das sieht schon alles echt gut aus so. Aber ich find, hier auf dem Blick sieht's immer noch nicht ganz aus wie Vice City. Weil Vice City hatte nicht so einen krassen Strand. Also, da war ein gewisser Strand an der einen Seite vom Strip, aber das war jetzt nicht so ein ausladender Strand. Die Stadt sieht auch von so in diesem Frame halt auch deutlich größer aus. Definitiv. Also, dass du da viel, viel länger unterwegs bist. Klar, ich meine, seit den 80ern hat sich einiges getan in der Stadt. Es gibt mehr Wolkenkratzer und sonstiges. Das haben sie ja schon so mit eingefangen. Das spielt ja wahrscheinlich dann in der Jetzt-Zeit. Nicht mehr in der Vergangenheit. Ja, und du hast ein Flugzeug entdeckt, was wir alle entdeckt haben, äh, mit einem Schriftzug. Genau. Der da lautete. 919. Äh, und jetzt muss ich noch mal kurz auf meine Sachen springen. Oder willst du es kurz vorlesen? Du hast geschrieben, der Slogan war Why 69 when you can 919? Man weiß noch nicht, was es ist. Er weiß es nicht. Es ist, es könnte für jede mögliche Firma irgendwas sein, also ... Vielleicht auch politisch. Vielleicht auch wieder Nachtclub-Missionen, weil bei GTA Online hattest du ja auch Nachtclub-Missionen, wo du quasi Flyer so mit der Luft verteilen musstest oder sonstiges, oder halt irgendwelche besonderen Stunts machen musstest, um deinen Club zu promoten. Vielleicht ist es halt auch ein Club, den man haben kann. Und das ist vielleicht so eine Art, den auch wieder zu promoten. Alles Mögliche soll. Es kann alles Mögliche sein. Noch. Und ... Ah, da sieht man noch mal die Wolkenkratzer. Auch diese ganzen Spiegelungen hier. Das sind eher Hotels, oder? Oder, ja, ja, Hotels. Das ist so ein kurzer Frame. Ja, das ist aber ja ... Das ist, da können wir noch mal ... Da müssen ja auch hier, da müssen die Leute ja nicht ewig binden. Gehen wir einfach mal weiter. Genau. Wir sind in den ... So was für eine Art Everglades. Ja. Also, man befindet sich in einem Sumpfgebiet, wie man sehr schön sieht, ähm, wo man halt mehr mit so einem Bötchen mit großem Propeller durchballert, damit man A nicht die Flora und Fauna zerstört. Ja. Aber B nicht von Krokodilen gefressen wird, weil Krokodile kommen quasi im nächsten Shot schon. Was man hier schön sieht in dieser Szene, was du schon sagtest, auch die Tierwelt. Ja. Also, Flamingos sind dabei. Du kannst es auch einfach mal laufen lassen, weil wir sehen auch dann gleich Alligators. Ja. Ähm, und das ist ... Ja, tiermäßig ist eine ganze Menge geboten. Definitiv. Und du hast halt jetzt auch, wie gesagt, nicht nur Vice City als Stadt, sondern auch anscheinend ein gewisses Umland, was du halt eben auch noch erkunden kannst. Und so ein bisschen Sumpf. Ich meine, Sumpf war ja auch sehr gut eingefangen bei Red Dead Redemption 2. Auch mit Krokodien. Da werden sie wahrscheinlich ihr wissen und ihr Können auch mit Krokodienalligatoren auch da eben irgendwie ... Da sehen wir sogar, da unten ist einer. Ja. Ein Alligator. Ja, die können sie. Da wurde ich ein paar Mal von gefressen im Red Dead. Das war nicht so schön. So. Aber das nächste ... Und das ist ein wichtiger Shot. Da gibt's so viel, weil zum einen noch mal die Menschenmassen, von denen du ja schon sprachst, die man auch immer wieder sieht in viel verschiedenen Szenen. Was man hier aber auch sehr gut sieht, abgesehen von den verschiedenen Hunden sogar offenbar. Ja, da ist auf jeden Fall hier unten ein kleiner Chihuahua. Ein kleiner Wadenbeißer. Ja. Aber sie sind in ihrer Form der NPCs, der Menschen, sehr, sehr divers jetzt. Also es gibt dicke Leute, dünne Leute, verschiedene Hautfarben. So wie es halt im echten Leben ist. Genau, wie halt im echten Leben. So man ... Rockstar erfährt sich, glaube ich, damit jetzt mittlerweile am weitesten von diesen generischen NPCs. Ja. Es wird hier immer noch generisch sein, aber wahrscheinlich ist die Palette an Möglichkeiten und Auswahldingern sehr groß. Also es wird nicht mehr so sein, wie wenn du dich bestimmten Stadtteilen bei GTA, weil du die umgedreht hast, dass du zehnmal den gleichen NPC gesehen hast, weil es halt einfach die gleiche Schablone war. Ich bin gespannt, wie sie das lösen mit den ganzen unterschiedlichen NPCs und sonstiges. Was ist hier ganz nett, weil hier gab's so paar kleine lustige Details, zum Beispiel im Hintergrund sieht man ein Rescue-Fahrzeug, was einen Boatanhänger dabei hat, was offenbar dann halt ein Boot ins Wasser gelassen hat. Man sieht Jet-Skis rechts stehen. Für mich so die mit weirdesten Szene war der Typ vorne rechts, quasi vor den Jet-Skis, der dort im Sand im Wasser liegt und seiner Freundin oder seiner Partnerin, was auch immer, dabei filmt, wie sie sich am Strand bückt und er ja halt den Arsch filmt. Aha, interessant. Ich fand interessant. Ist im Jahr 2023 oder halt dann 2025, ist jetzt, glaube ich, nicht so unrealistisch. Ist es definitiv nicht. Hemmungen sind ja eh so eine Sache. Aber ja, sämtliche Flugsachen hier. Also hier haben wir einen Helikopter mit so Wasseraufsatz dran. Den gab's ja auch. Das war, glaube ich, der Sparrow hieß er. Dann haben wir hier auch noch so, wie es aussieht wie so ein Nachrichten-Helikopter. Dann haben wir natürlich ein Flugzeug mit dabei. Also es wird wahrscheinlich die Auswahl an Flugsachen wird auf jeden Fall wesentlich größer sein als noch bei GTA Vice City. Aus der Spielwiese. Ich denke auch, ja, es wird wahrscheinlich an GTA 5 auch angelehnt sein, gerade was so Fahrzeuge angeht. Ich bin auch auf die Sandanimationen gespannt, ganz ehrlich, wenn die ja durchlaufen. Ja. Direkt der nächste Shot ist auch gleich ein Bootrennen. Also es wird wahrscheinlich auch Bootrennen geben. Hier am Hafen von Vice City. Also mit verschiedenen Booten wird es sogar möglich sein. Also wir sehen ja wirklich, wie gesagt, verschiedene Boote, die halt eben hier durchs Wasser brettern. Und ja, sehr wahrscheinlich wird es Bootrennen geben. Ich meine, dass es GTA ... Ja, selbst wenn es hier nur ein Heist wäre, aber ja. Ja, das Nachtleben ist in GTA natürlich auch wichtig. So viele Szenen auf einmal, holy shit. Hier sieht man tatsächlich nicht so viel, dass links mit dem Farbe, mit den Neonröhren, ich würde mal auf Nachtclub oder so schätzen. Ja, würde ich auch schätzen, genau. Und man heizt hier halt über die Autobahn und ist frei von allen Hemmungen. Ja, die Leute feiern sehr ausgelassen, würde ich sagen. Ja, sie haben ein gutes Leben da. Aber ansonsten sieht man hier nicht sehr viel. Die Häuser sind nachts offenbar weiterhin sehr gut beleuchtet, durch Büros vermute ich mal. Ja. Aber ja, hier gab es nicht so viel, allerdings ... Im nächsten Shot gibt es haufenweise zu sehen. Genau, weil da habe ich ein bisschen näher ran gescrollt und Screenshots mir rausgeholt, weil es ... Ja, es ist Auto-Tuning, auf jeden Fall natürlich. Ja, man sieht ja sämtliche Lowrider. Und das ist halt auch ... Also, bei GTA 5 gab es auch sehr ausgelassenes Auto-Tuning. Selbst bei GTA San Andreas gab es Auto-Tuning. Weil bei City gab es das noch nicht so wirklich. Bei San Andreas war das ja auch teilweise sehr wichtig für diese eine Gang, wie hieß denn der Dude noch mal, der so cool war eigentlich, unser Friendo. Der Freund von der Schwester. Ach, ähm ... Caesar. Caesar, genau. Von den ... Ach, wie hießen die? Hermanos? Los Hermanos. Los Poyos Hermanos. Nee, warte, die hießen ... Irgendwas mit V, glaube ich. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie die hießen. Ja, aber unter anderem sieht man dann ... Also, man weiß noch nicht genau, wie das da heißt. Wir haben eine Vermutung, die kommt gleich. Man sieht aber unter anderem bei dem Wagen, der dort steht, die 27th, also die 27 im Fenster. Habe ich zumindest versucht zu erkennen. Weiß nicht, vielleicht die 27th Street. Vielleicht eine Gang, möglicherweise. Es scheint auf jeden Fall eher auch so ein anderes Stadtviertel von, ähm, Vice City zu sein. Also, vielleicht eben auf dem zweiten Inselteil. Vice City bestand ja aus zwei großen Inselteilen und dann noch so zwei kleinere Inseln. So mit unserem Haus, meinst du? Genau, und ich würde fast schätzen, dass dieser kleinere Inselteil halt eben an der, äh, Seite dort halt zu sehen ist. Und, ähm, genau. Noch mehr gibt es aber im nächsten Shot, weil hier, ja, man kann einiges sehen, aber hier wird's wild. Hier wird's wirklich wild. Hier sind wir in einem Nachtclub, vielleicht Stripclub. Vielleicht ist es der Malibu-Club aus dem, äh, oder, ähm, der Formula One-Club. Das war ja der Stripclub aus Vice City. Ist ja auch die Frage, wie nah sie sich an Vice City aus dem alten Teil wirklich halten. Ja, natürlich. Also, das ist ja, wie gesagt, da werden wahrscheinlich viele Jahre ins Land gegangen sein. Und dann wird wahrscheinlich, äh, es so gewesen sein, dass halt eben, ähm, auch viele Geschäfte zugemacht haben, neue Geschäfte aufgemacht haben. Also, sich die Stadt einfach so ein bisschen auch von den Geschäften verändert hat. Genau, aber wir sehen auf jeden Fall, äh, Damen, die dort Spaß haben, sag ich mal, auf der Bühne. Und auch, man sieht auch Tanzstangen dort. Ein Geburtsdeck, der hier gefeiert wird anscheinend. Genau, es gibt haufenweise Geld, weil das Ganze da offenbar unter dem Make-It-Rain-Mondays steht. Also, es regnet Geld für die Ladies. Ja. Und, ähm, der Herr im Vordergrund, der auch da seinen Spaß hat mit der ... Der hier, genau. Ja, mit der Dame auf Vorsicht. Der trägt tatsächlich ein Shirt, auf dem Dolls of Destruction steht, vermutlich eine Band. Ja. Ähm, weil ... Man muss mal so schnell Pause drücken. Ja, die Katzen sind schnell. Wir haben sehr viel Arbeit da gehabt, um alles anzugucken. Ja. Ähm, mit Tourdaten. Leider konnte ich nicht genau sehen, wo die überall bei der Tour waren, weil das war sehr, sehr schwer zu erkennen. Wahrscheinlich Liberty City und San Andreas. Aber ja, könnte sich um eine Band im Spiel handeln. Könnte sein, ja. Weil Musik bei GTA ist wichtig. Mhm. Sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, bin gespannt auf das Nachtleben. Es sieht auf jeden Fall sehr illustrer aus. Dann haben wir wieder einen Ausblick auf Gangs tatsächlich. Also, hier sehen wir noch mal so einen Blick auf die Grafik und wie krass das ist. Also, selbst die ganzen Hauptsachen. Ich hab versucht, da was zu erkennen. Ich sah nur ein Spinnenwebenmuster auf dem Arm, aber das kann alles sein. Ja, mit so einem toten Kopf und die Ketten und so. Also, ähm, ich glaube, also, ich weiß nicht, ob sie die Gangs irgendwie aus GTA 5 noch mit rübernehmen. Aber ich glaube, es wird auch komplett neue Gangs einfach geben. Ja. Weil es ist ja ein anderer Landteil. Und hier sieht man mal so den ersten Blick auf Vice City. Man sieht hier so ein bisschen den Strip. Ähm, das kommt mir tatsächlich ein bisschen bekannt vor. Ähm, das ist eher der hintere Teil vom Strip, weil hier haben wir noch diese eine ausliegende Insel. Der Teil rechts sieht mir sehr neu aus. Es könnte aber auch ... Nee, die andere Seite der Insel macht, glaube ich, keinen Sinn. Nee. Ich glaube, es ist der rechte Teil. Das müsste hier, die Mall müsste eigentlich theoretisch da hinten sein. Hier müsste, glaube ich, eher ... Das ist, glaube ich, fast auf Hilfe vom Malibu-Club, der ja irgendwo hier sein müsste, glaube ich. Ja, der war doch da an der Abzweigung Richtung Baustelle. Ja. Wo man diesen vom Maledighten-Helikopter fliegen musste. Genau. Ähm, ja, aber wenn du die Szene ein bisschen weiterlaufen lässt, sieht man ja auch viel, viel mehr. Weil das ist jetzt von oben und sehr guter Eindruck. Aber hier sieht man natürlich ... Und jetzt sieht man mal richtig den Strip. Genau. Und das kommt mir wieder richtig bekannt vor. Genau. Ja, das ist halt Nachtleben par excellence. Aber auch hier sieht man wieder den Kontrast zwischen Arm und Reich. Und das fällt mir jetzt auf. Da hinten ist das Ocean View Hotel. Das ist ja der Speicherpunkt und die erste quasi Hauptbasis aus GTA Vice City. Ja. Die sieht man da tatsächlich schon. Also hier, da habe ich jetzt wieder pures Nostalgiegefühl. Allein auch wegen diesem Auto, was hier vorne ist. Nämlich der Cheetah. Ja. Der Cheetah war ja ein Sportwagen aus GTA Vice City. Und sie haben ihn hier rübergehoben. Auch wieder schön in diesem 80er-Ferrari-Design, sag ich mal. Und das sieht sehr, sehr cool aus. Also es sieht halt unglaublich belebt aus. Wir haben ja vorne jemanden, einen Obdachlosen, der nach Geld bettelt. Also ein sehr, sehr auch wieder illustres Nachtleben. Und natürlich wieder sehr viel Gesellschaftskritik. Ja. Aber dafür steht ja auch bekannt. Auch hier sieht man mal so ein bisschen die Spiegelung in den Autos. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Raytracing sein wird oder wirklich nur Screenspace Reflection. Kommt darauf an, was die Konsolen da mitmachen. Aber wenn die Engine das irgendwie rauszaubert, da halt wirklich realistische Reflexion irgendwie mit einzubauen. Ich glaube, das wird dann sehr gut aussehen. So, es geht noch einmal in einen Club. Genau. Das könnte jetzt der Malibu-Club sein. Ich glaube, das ist ein anderer Club als unser guter alter Make-up Rain. Ja. Weil da sieht ein bisschen anzüglicher alles aus. Ein bisschen mehr, nicht anzüglicher, angezogener. 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 Anzüglicher, was vorher. Ja. Genau, aber viel mehr sieht man nicht. Es gibt eine DJ im Hintergrund. Ja. Die auflegen, die Leute haben Bock. Ja. Die alten Clubs waren da im GTA eher so traurig. Hier gibt es wieder eine Menge zu sehen, auch neue Dinge tatsächlich. Genau, hier haben wir mal so einen Blick auf das Umland. Und natürlich der Dodo, der hier durchs Bild fliegt. Wir haben hier auch so Transportschiffe. Also auf den Wasserwegen scheint auch echt viel los zu sein. Da unten haben wir auch eine kleine Yacht, die noch mit dabei ist. Wir haben auch große Yachten. Also sehr viele verschiedene Wasserfahrzeuge, Brücken, die noch gebaut werden, Brücken, die fertig sind. Vor allem auch sehr viele Inseln und Sandbänke. Sprich, also das ist die Möglichkeit, dass man mit dem Boot auch fahren muss, um verschiedene Orte zu erreichen. Wahrscheinlich, wenn da auch so Drogensachen irgendwie sein, mit Drogen abladen, Drogen abholen und so. Also ich glaube, da wäre noch so eine Geliefermission, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ist nicht unrealistisch. Gerade diese Cargo-Transporter, die da da rumfahren mit Containern. Ob man die auch vielleicht kapern kann? Vielleicht, aber es gibt auf jeden Fall schon sehr, sehr viel zu entdecken. Also es ist schon echt der Wahnsinn, was da so dabei ist. Gehen wir mal weiter. Hallo, Schwester. Ja, mein Nachtrag für deinen Beitrag, die Schöne und Reichen, die auch Posen und auch eine Pose aus GTA 5 nachgestellt. Genau. Wurde von mir ergänzt mit Brustanimation, whoop, weil ... Wo du wieder drauf achtest. Ja, ich analysiere halt alles. Ich denke eher so an die Haaranimation, die wirklich sehr gut aussehen. Aber man sieht auch sehr gut in dem Bild, es gibt nicht nur die Reichen und Schönen und halt die Jungen und Schönen, wo man halt sagt, oh, dies aber ... Sondern die Damen da im Pool sind auch ein bisschen älter, aber leben halt trotzdem ihr bestes Leben offenbar. Definitiv. Also es scheint hier so ein großer Pool zu sein. Und du hattest noch so einen Nachtrag zu der Kleidungsmarke, die hier so Louis Vuitton nachgemacht werden soll. Also irgendwas mit NS oder so. Yves Saint Laurent. Ah, okay. So ein bisschen in diese Richtung hat mich das Logo so erinnert. Ja. Ja, also klar, Marken nachmachen in ihrer eigenen Form kennen wir ja bei GTA. Ja. Wird hier wahrscheinlich genauso sein. Auch hier sieht man noch mal die enorme Größe der Stadt vor allem auch. Definitiv. Also wie weit hinten die hohen Gebäude weg sind, das ist schon ein bisschen ... Obwohl das könnte auch ein Shot aus GTA 5 dann nicht sein. Also klar, jetzt nicht grafisch, sondern einfach so von dem Feeling von der Stadt, das ist alles sehr sonnig und die Leute ... Ja, aber da waren die hohen Gebäude eher gebündelt in der Mitte. Das stimmt. Und hier sind die eher verteilt. Genau, hier hast du sehr viel verteilt. Und dazwischen dann eher, vielleicht, ich weiß nicht, so kleine Sub-Ups oder sowas. Ja, ne? Maybe, maybe. Der Vice City Schriftzug, das ist natürlich eins zu eins dem Miami Schriftzug nachgeahmt. Da muss jemand Bad Boys 2 denken, wo du halt auch immer diesen Miami Schriftzug und wo ein Flugzeug drüber fliegt und sowas. Das ist so ein typischer, gefühlt so ein Michael-Bay-Shot, will ich mal sagen. Jetzt kommen gleich wieder ganz viele Dinge. So, jetzt kommen wieder ganz viele Dinge. Genau, bei GTA 5 gab's ja Live-Invader, das war ja so eine Nachmache von Facebook und hier scheint's eine TikTok-Nachmache zu geben. Den Namen konnten wir leider nicht herausfinden, aber man sieht so ein bisschen so die Accounts und dieses verrückte, das verrückte Leben in Vice City, also Deadbot Squad. Da scheint ein älterer Herr mit Damen und Herren auf seiner Yacht Spaß zu haben. Aber es wird auch, glaube ich, nicht sein Account sein, sondern eher von den Damen. Stimmt, das wird, ja, genau. Da wird vielleicht Promotion gemacht für bestimmte Dienste. Vielleicht ist es ein Discord-Service. Ja. Wir sehen noch mal die wilden Tiere, in diesem Fall Krokodile, und zwar von dem Account Official Poach. Ich hab mir das Ganze mal ein bisschen in das Logo herangeholt und mir angeguckt. Das steht für Protection of Animals Controlled Hunting. Ah, also es ist wieder so ein sehr, sehr interessanter Wort für's, weil normalerweise Poaching ist ja das illegale Jagen von Tieren. Und, ähm, ich find cool, dass halt die Tiere halt in die Stadt auch kommen. Ja. Das war ja bei, bei GTA 5 war das ja eher nicht so. Auch fand ich bei Red Dead Redemption haben sich die Tiere eher rausgehalten. Und hier kommen sie und wollen zurück in die Stadt und wollen Dinge tun. Ja. Ja, äh, der nächste Account, have a Vice Day. Ja. Hab einen schönen Tag in Vice City quasi. Hey, wenn man das, wenn das, ne, also ... Wenn die da so feiern, klar. Wenn das deren Ding ist. Ähm, und wieder ein sehr wichtiger Shot zu den Aktivitäten, weil es wird wahrscheinlich wieder Rennen geben nachts. Und hier sehen wir halt so auch noch mal so das Nachtleben, was da so abgeht. Genau, und den nächsten Not auch in Richtung Tuning-Szene natürlich. Ja. Ähm, da kommen noch ein paar tatsächlich dazu. Ähm, macht auch Sinn, dass dieses Tuning einfach sehr prominent ist. Ja. Und hier befinden wir uns dann schon wieder in der nächsten Szene. Also, eben hatten wir noch den Account von Sasa Nugget. Ist das ... Ah, ne, ich glaub, die hat nur kommentiert. Hat nur kommentiert, okay. Sasa Nugget hat nur kommentiert. Aber es hat offenbar einen Live-Chat und auch Live-Reactions. Also, man sieht auch wieder Herz hier. Nice-See? Nice-See, ja. Man sieht auch wieder Herzchen hochfliegen und so, was man halt auch machen kann. Also, das ist so typisch TikTok, äh, TikTok-Live-mäßig nachempfunden. Und wahrscheinlich wird es so eine Plattform geben, wo man vielleicht auch so ein bisschen einfach so, so wie so TikTok einfach so Zeug daddeln kann. Ja. Und so die Welt so ein bisschen aufsaugen kann. Ähm, das ist tatsächlich aber nicht der einzige Account. Da kommt gleich noch ein bisschen mehr. Aber erst mal haben wir so, so Überwachungskamera-Footage. Wie gesagt, die Tiere kommen etwas zurück. Ähm, Lotto. Ja. Und, äh, wir finden uns dort, ich hab ein bisschen rumgespielt bei, bei ... Go Postal. Genau, der Go Postal Collect Yourself. Aha. Das ist vielleicht auch wieder eine, eine, eine Hommage an irgendwas. Ich mein, Go, Go Collect Yourself. Go fuck. So, wär auch nicht das erste Mal. Nee, wär nicht das erste Mal. Ähm, genau. Aber ansonsten, ja, Märkte, Supermärkte. Hier sehen wir einen Polizeirade. Genau, so, so, so Bodycam-Footage sehen wir. Ich lass das einmal ganz kurz so ein bisschen laufen. Ja. Vor allem, es sind auch, ich sag mal, ich hab das ja geschrieben mit Anführungszeichen, entspanntere Cops. Oder halt einfach vielleicht Undercover-Cops. Ich mein, es gibt ja auch diverse, diverse Filme, wo es darum geht, dass die Cops in Amerika nicht alle in ihrem Uniform rumlaufen, sondern halt auch ... Ja, das sieht aber fast so wie zivil, fast schon so ein bisschen aus. Genau, weil man sieht es, der eine trägt eine Beanie, der andere hat eine Cap rückwärts auf dem Kopf. Ja. Es ist halt schon, ja, ein bisschen entspannter alles. Und hier sieht man oben auch den Hund aus GTA 5. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß es. Du meinst den von Franklin? Den von Franklin. Das scheint ja eindeutig hier so, oder es scheint zumindest die gleiche Hunderasse zu sein. Und Beware of the Dog. Pass auf, da ist der Hund. Also, ein netter Verweis. Ja, und nach diesem Polizeirade sehen wir direkt die nächste Verfolgung. Und zwar von Planet Leonida Man. Was ja, Leonida Man, Florida Man. Also, diese ganzen Memes sind ja da auch schon wieder mit drin. Also, wer es nicht kennt, Florida Man ist quasi ein Meme, weil, gebt mir einfach ein Florida Man und euer Geburtsdatum, dann werdet ihr eine sehr skurrile Schlagzeile meistens haben. Irgendwie sind die skurrilsten Verbrechen immer in Florida. Ja, bei mir gab es irgendwas, da hat ein Typ irgendwie seine Frau mit einem Fisch verhauen. Ja, ich hatte irgendwas, glaube ich, jemand wollte mit Crystal Meth im Walmart bezahlen oder irgendwie sowas. Ja, Florida Man, euer Geburtsdatum ist ein Highlight. Ja, und hier sehen wir halt so einen halbnackten Dude vor der Polizei wegrennen, dahinter die Arrow-Tankstelle. Yes. Und davor ein riesengroßer Truck, den du gespottet hast. Genau, der gleich. Der ist so schnell, ist der durch. Aber so ein großer, so ein Ford F, ich weiß gar nicht, welchen haben wir? Ein Raptor? Ein Ford Raptor? Nee, das ist größer als ein Raptor. Das ist halt so Monster Truck Size, ich kann jetzt nicht hier zu, genau. Der eine Frame ist zu krass. Das ist wirklich nur ein, ich spule mal kurz ab. Vielleicht darf ich es doch, oh. Da habt ihr es gesehen. Das ist wirklich. Ihr habt es gesehen, ihr habt drauf geachtet. Ihr probiert es doch einmal. Da. Also wirklich so Monster Truck mäßig. Also solche Fahrzeuge gibt es halt auch wieder. Ja. Finde ich sehr cool, wenn man auch mit den Dingen wahrscheinlich dann da durch diese Glades durchfahren kann oder einfach über die Straße brettern kann. Und danach kommt gleich das nächste Meme, das nächste Florida Man Meme von General Custard kennen. Custard heißt Vanillesoße und ich glaube, da muss man Vanillesoße kann ohne muss man da nicht viel sagen. Da geht es um Waffeln, oder? Da geht es um Waffeln. Man sieht so ein bisschen hinten auch schon Port, Vice City, Keys. Also man sieht auch im Hintergrund so ein bisschen so ein paar Straßenschilder, was mit dabei ist. Genau. Und dieses Leoni da wird auch hier wieder aufgegriffen, nämlich auf seinem T-Shirt. Weil bei dem netten Herrn, den man da so sieht und der auch ein bisschen in die Kamera guckt, steht unter anderem ... Und sich freut. Der freut sich. Da steht unter anderem, das kann man nicht ganz gut erkennen, dieses We Bite Back in Leoni da. Ja. Dazu halt ein Croco. Ja, der hat wahrscheinlich ein bisschen andere Gesinnung zu den öffentlichen Ämtern. Denker auch. Sag ich mal. Und auch, ich hab leider jetzt die Bauchbinde gerade nicht da. Was steht nochmal unten und der, weil das ist ja auch von diesem General Custard. Was hat der unten geschrieben in seinen ... Only in Leoni da is a crotch grab an apology for bad driving. Ja. Also, soll halt einfach heißen, wenn ihr ... Die Stimmung scheint auch ein bisschen aufgeheizter zu sein. Also, vielleicht sind die NPCs auch ein bisschen aggressiver im Straßenverkehr vielleicht. Ja, also, wer es nicht für sich übersetzen kann oder möchte, er hat sich offenbar im Straßenverkehr nicht gut verhalten und wurde angehalten von der Polizei. Und offenbar ist es für diese Leute, diese Art Leute in Ordnung, wenn man dann halt einfach sich in den Schritt greift. Ja. Und es hat einfach Entschuldigungen für sie vielleicht. Und Leoni da ist ja wahrscheinlich ein Stadtteil, haben wir das schon gesagt, dass es vielleicht ein Stadtteil sein könnte? Genau, könnte ein Stadtteil sein. Weitere Stadtteile, die man auch mittler und gut sehen kann auf den Schildern, sind halt, was du schon sagst, ist Wise Beach und Port. Genau, Port of Sea. VC für Wise City natürlich. Ja. Der VC International Airport, den ich hier falsch geschrieben habe, schade für mich. Unter anderem aber auch der Stadtteil oder Ortschaft oder sowas, Kelly County. Mhm. Das ist vielleicht dieses Umland. Ein Teil des Umlands, genau. Und natürlich wieder die überall gut versteckten Gags, nämlich links oben sieht man eine Anzeige der Polizei, die Unterstützung brauchen und man sich melden soll wegen der Bad Guys. und unter anderem Wanted for Panties Sniffing. Ah, ich lese das vor Sniffing, konnte ich gerade nur. Ah, ja, okay. Genau, da hat wohl jemand an Hosen von anderen Menschen geschnüffelt und das möchte die Polizei nicht. Finde ich in Ordnung. Okay, ja, definitiv. Aber ja, das ist dieser typische GTA-Humor, der auch hier natürlich wieder eingestrollt wird. Der halt sehr die amerikanische Lebensweise und alles, was dort halt eben gerade so gesellschaftlich abgeht, halt immer sehr gut durch den Kakao zieht. Wo wir wieder beim Badewasser wären. Wo wir wieder beim Badewasser wären. Wo wir wieder bei Briten, glaube ich. Melde viel, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ich habe nämlich nichts geholt. Ah, da war es eben noch mal ein bisschen besser zu sehen. Ja, aber das ist wahrscheinlich wieder so ein kurzer Shot. Ja, dafür sind wir ja da, um das zu sagen. Da, da, you seen. Wanted for Panties Sniffing. Ja. Bad Minus Guys. Okay. Aber für solche Sachen sind wir ja da, um es den Leuten zu sagen, was es dort zu sehen ist. Jetzt sehe ich hier Kelly County, jetzt sehe ich das auch ein bisschen besser. Genau. Alles minutiös, sekundös angeguckt. Hier haben wir auch jemanden, der sich sehr da freut. Your Mamas Jammer. Rip Rudy, see you in heaven, curse. Also, vielleicht ist das Footage von jemandem, der halt, der jetzt nicht mehr ist, weil er vielleicht solche Stunts mit dem Auto gemacht hat. Ja, maybe. Vielleicht ist er der Nächste. Vielleicht ist er der Nächste. Aber, was man hier sehr gut sehen kann, das habe ich gespottet und man findet es auch in teilweise anderen Szenen wieder. Hier sieht man, vermute ich jetzt einfach mal, die Tuning-Szene. Okay. Oder mit dem größten Tuner. Angelehnt an das berühmte West Coast Customs. Ah, West Coast Customs. Nämlich die Rideout Customs. Ah, okay. Das haben diverse, weiß ich, dran. Und das läuft von unter Weiß Vinyl. Aha. Warum, was das Weiß Vinyl damit jetzt direkt zu tun hat, weiß ich nicht. Weiß Vinyl, vielleicht irgendeine Produktionsfirma? Maybe. Aber dieses Rideout Customs mit dem Hashtag versehen, das sehen wir nachher auch noch einmal auf einem anderen getunten Fahrzeug. Und ja, möglicherweise ist das so der Haupt-Tuning-Schuppen, den es dort gibt, eventuell. Grafisch sieht man hier auch nochmal. Also, man sieht die Spiegelung hier zum Beispiel in den Rückspiegel, was total geil aussieht. Und ich finde auch dieses Glitzern auf dem Truck sieht man. Und das ist, also wenn die das auch nochmal so mit reinbringen. Das finde ich, das Tuning spielt hier wohl eine sehr, sehr große Rolle. Ja, also das sieht schon echt geil aus. So, hier haben wir einen Herrn, der halbnackt seinen Rasen sprengt. Ich glaube, da muss man eigentlich nichts weiter zu sagen. Vor allem witzig dabei ist natürlich ... Der hat ein bisschen Sonnenbrand. Ja, vor allem dazu ... Also, es sieht schon krass modelliert aus, definitiv. Witziges Detail ist unter anderem halt nicht nur diese Idiotie, wie der Mann dort halt einfach generell steht mit seinem kleinen Schlüppi. Das ist halt Florida wahrscheinlich. Ja, aber auch der ganze Rasen ist bereits überflutet. Er ist direkt an einem kleinen Fluss. Das Rasen sprengen ist halt ... Oh, den Pool da hinten. Genau. Also, das Rasen sprengen ist halt so die Idiotie hinter dem Ganzen nochmal. Ähm, aber ja, mehr gibt's da auch nicht so sehen. Hier gibt's schon wieder mehr. Und hier haben wir das nächste. Thrillbilly Mud Club. Ähm, das scheint auch entweder ist es vielleicht so ein Social-Media-Kanal oder so eine Art YouTube-Channel, wo man sich vielleicht Sachen angucken kann. Weißtube. Ich hätte vermutet, dass es ... Weißtube. Äh, ich hätte halt vermutet, dass es entweder eine Aktivität im Spiel direkt sein könnte, dass es ein In-Game-Event sein könnte oder dass es vielleicht direkt eine Mission ist. Und da sehen wir halt hier Leute, die feiern und ausrasten. Und da hinten wieder so einen geilen Truck, ne? Ein Monster Truck durchs Bild Jeeps hat man gesehen. Ja. Ich glaube, sogar der BF Injection war kurz zu sehen. In einer anderen Form wieder. Okay. Meinst du hier irgendwo? Ja, ich glaub rechts da bei der Brücke. Ah, hier. Hier meinst du. Das grüne Ding. Ja, das ist so ein Buggy, ne? So das BF Injection, weil den gab's ja auch in verschiedenen Formen. Ja. Aber der gehört ja auch zum Spiel ein bisschen. Definitiv. Also, es sieht auf jeden Fall sehr wild aus, was die da feiern. Ich find's auch grafisch wieder sehr imposant. Ja, auch so dieser ganze Matsch und sowas. Und wir wissen ja, bei GTA sind ja auch teilweise realistische Pfützenberechnungen und was weiß ich was alles mit dabei. Und wenn die halt das jetzt hier so auf das nächste Level heben, das sieht schon alles echt gut aus. Next Level übrigens, Angry White Grandma. Also wieder so ein Florida Man oder in dem Fall Florida Woman. Und wir haben auch hier den nächsten Hinweis auf den nächsten Stadtteil. Und zwar ist hier Neighbored Watch Don't Play Around in Hamlet. Yes. Das heißt, Hamlet könnte auch so ein krasser Stadtteil sein, wo es wahrscheinlich runtergekommen ist, wo ältere Frauen mit zwei Hammern vor einem stehen. Und der Accountname von dem ist Nucha Libre Fan. Und das steht halt, Nucha Libre steht halt für Wrestling oder eine Wrestling-Szene. Und das würde auch zum nächsten Schnitt passen, der jetzt halt kommt. Nämlich jemand, der hier durch so einen Tisch kracht. Und da dachte ich, vielleicht gibt's ein Wrestling-Minispiel. Also vielleicht kannst du halt eben so wie ein mexikanischer Luchador halt eben Wrestling-Kämpfe machen. Oder klar, es ist jetzt nur so ein Party-Ausschnitt. Aber vielleicht hängt das da auch mit irgendwie zusammen. Oder vielleicht gibt's da auch irgendwie so ein kleines Wrestling-Minispiel als Sport. Wobei gerade bei diesem Party-Ausschnitt, was du sagst, das passt halt sehr gut dazu. Also zum einen, ich fahr gerade kurz, ich hab was gesucht. Die Oma, dass die die Person kannte, die sie filmt. Ja, das sieht so aus. Ja, sie sagt das ja auch. Aber ich glaube, es kann sein, dass sie einfach verwirrt ist und dich ... Ja, aber sie sagt zu der Person, oh, you are back oder sowas in der Art. Okay. Von wegen, ah, du bist ... Vielleicht ist sie eine alte Wrestlerin. Vielleicht das. Zu dem Typen aber, der durch den Tisch kracht, das ist tatsächlich auch in den USA ein beliebtes Ding. Ist dem so? Leider ja, weil gerade beim Football gibt's ja diese Riesen-Partys auf ihren Pickups hinten, wo sie dann grillen und sowas. Und da ist es ein Ding, durch so Tische zu springen. Okay, weil das ist ... Also für mich sieht's halt aus wie so ein klassischer Wrestling-Move. Genau, ja, aber da ist es leider alleine. So ein Lope-Jump von jemandem, der nach unten liegt so. Aber es ist leider so ein Ding. Also das machen die nur. Bei Partys gibt's das manchmal, gerade beim Football, da ist es so ein Ding, dass man durch Tische springt, sich wahrscheinlich schweinemäßig wehtut, auch unter viel Alkohol. Ach, wirklich? Also das sah alles aus, als ob der nur Brause trinkt da in seinen Bechern. So, jetzt kommt wieder eine Szene, wo es sehr viel Neues, Wichtiges auch gibt. Ja, und zwar mach ich direkt mal hier schon Stopp. Also wir haben natürlich hier so ein Verfolgungswerk, den Schnitt gehen wir gleich weiter. Aber vorher sehen wir hier das von Angstipan, It Cures Emotions. Also wir haben wieder so einen Verweis auf Drogen, beziehungsweise Medikamente, die anscheinend irgendwelche Emotionen wegmachen können. Also vielleicht gibt's in Zukunft anstatt Antidepressiva, Antiemotionalisierer. Ja, es gibt einfach Angstipan. Die Marke, wir haben beide ein bisschen gerätselt und versucht das zu erkennen, weil es rechts unten ganz leicht zu erkennen ist. Ja, also es ist ja so ein Rautensymbol und so ein weißer Schriftzug. Und da meintest du, der kommt dir ziemlich bekannt vor. Genau, mich hat er an Pfizer erinnert, einem großen Pharmakonzern aus den USA, der sehr umschritten ist. Ich kann ihn ja mal, warte mal, ich such mal das Bild. Und das Ganze heißt, für mich sah es aus wie fix mit PH geschrieben. Ah, die haben das anscheinend umgestellt. Das sieht jetzt, also ... Ja, aber die Ähnlichkeit ist halt schon da, so generell. Ja, der Schriftzug. Also der Schriftzug hauptsächlich ist es, ne? Gerade dieses Fix würde ja auch passen, unter anderem, um jemanden halt zu fixen, heile zu machen. Und hey, wir machen eine Emotion, genau, so den Schuss geben. Und das so mit, vielleicht mit dieser Kritik an der Pharmaindustrie. Garantiert wird da wieder sowas kommen. Würde dazu natürlich sehr gut passen. Aber das ist nicht alles, was wir dort sehen. Also hier auch nochmal geometrische Form haben wir da abgewandelt. Das macht GTA ja auch immer ganz gerne, dass ihr auch einfach so Formen und Logos ein bisschen abwandelt. Wie dieser Obstkorb bei iFruit anstatt Apple. Und hier haben sie halt eben auch ein geometrisches Symbol hier. In dem Fall halt eben ein Novalis-Symbol, halt eben so eine Raute umgewandelt. Aber es ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, ich denke, das Zufall wird es auf jeden Fall nicht sein. Aber hier passiert auch thematisch was für das Spiel. Ja. Nicht nur für die Welt. Genau, und ich lasse den mal Schott, weil das ist, hier haben wir den zweiten Spielbaren-Protagonisten. Jemand hatte bei uns in den letzten Kommentaren geschrieben, das ist kein Geschwisterpärchen, wie ich angenommen hatte aus einem League, sondern das ist ein Ronny und Clyde-ähnliches Pärchen, was man spielt. Ja, der Jason. Genau, der Jason, der zweite Protagonist, den man spielen soll. Wir hatten ja eher Fokus vorher mal auf Lucia, jetzt haben wir mal Fokus auf Jason, beziehungsweise wir sehen ihn mal, wie er aussieht. Ja. Hat ein bisschen Arthur-Morgen-Vibes, würde ich sagen. Ja, vielleicht in seinem ersten Leben. Ja. Oder zweiten. Genau, dann sehen wir hier wieder Lucia. Genau, und das Ganze, du sagst es jetzt auch eben, erinnert an einen Heist, auch weil die Polizei auf der Suche ist und sie auch dem Polizisten hinterherguckt, sofern es natürlich dieselbe Szene ist, wovon wir mal ausgehen. Und halt Bandana, also wahrscheinlich rübergezogen. Genau, und sie hat auch noch Bargeld in der Hand. Mhm. Und nicht wenig. Genau. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt gerade irgendwie zum Grocery-Store wollen, zum Einkaufen. Ich denke auch nicht. Ich glaube, das haben sie auch nicht bei einem Automaten abgehoben. Ich glaube auch nicht. Aber ja, thematisch was los. Hier sehen wir wieder ein bisschen was von der Welt, nämlich einen der mehreren Sender offenbar. Garantiert gibt es wieder mehrere Sender. Da kommen wir gleich zu, Fernsehsender, Weasel News. Den kannte man auch schon aus GTA 5 und ich glaube, der war auch schon bei GTA 4 eingeführt worden. Ja, auch als Radiosender, diese Weasel News. Ja, stimmt, das ist ja so ein bisschen so Fox News, also eher konservativere Medien, eher so ein bisschen, ja, sag ich mal, rechtergerichtete Medien in die Richtung. Äh, und hier sehen wir einfach einen Autounfall, der sich sehr überschlagen hat und, äh, was da alles so abgeht. Und hier sieht man auch wieder ein bisschen, da die Reflektion und sowas, alles sieht schon alles cool aus. Es gibt auch einen leichten eventuell Hinweis, wahrscheinlich ist das komplett irrelevant, wie bei vielen Dingen in dem Spiel, wo man nicht, wenn man nicht muss, macht man's halt auch nicht. Aber eventuell eine neue Restaurantkette, ein neues Restaurant, äh, Peewee's Dine & Dash, weil da kam, das stand unten in der Bauchbinde tatsächlich, ähm, dass der Wagen bei Dine & Dash wohl rauskam und dann halt von Glück ist. Ah, da unten, ja. Und, naja, kann, kann, ist ne Info für die Spielwelt, kann nichts bedeuten, kann alles bedeuten. Definitiv, vielleicht ist es auch ne Mission oder so ein Ausblick auf ne Mission, dass wir diesen Autounfall vielleicht selber auslösen, der dann irgendwie in den News kommt oder so. Und es gab ja auch immer die Kameraeinstellung, dass du halt quasi, ähm, du kannst ja die, die Autokamera mal ändern und da kannst du auch einmal so ein Newscast halt raus, so ein Ausschnitt, das erinnert halt sehr daran. Ähm, aber auch hier die ganzen Details, wie hier das Glas so auf dem Boden liegt und die Autoteile und so. Das sieht alles schon wirklich wahnsinnig gut aus. Und das scheint hier, glaub ich, entweder eine Zivilstreife zu sein, weil die halt so relativ wenig, äh, relativ wenig Blaulicht irgendwie dabei hat. Aber, das scheint anscheinend auch so ein Ding zu sein, dass es auch so Zivilstreifen gibt. Ich meine, die gab's ja auch, wenn du halt ein bestimmtes Fahndungsmittel hattest. Ja. Aber, genau, gehen wir mal weiter. So, jetzt, jetzt dicken wir mal ein bisschen tiefer und holen mal die Glaskugel raus bei der Szene, weil hier gibt's ne ganze Menge zu sehen. Ja. Ähm, zum einen der zweite Nachrichtensender, der sich eher an das Hispanic-Volk richtet. Mhm. Ähm, nämlich Megamundo News. Und wir sehen dort grad einen Ausschnitt aus den Meganuticiath. Das sind die ... Das ist ein Online-Cast wahrscheinlich auch eher zu sein, ne? Ja, das sind die Mega-Nachrichten halt dann. Ähm, und wir haben überlegt, okay, ist das jetzt irgendwer, der diesen ganzen Sheriff vereint hat? Weil das ist halt ... Im Hintergrund sieht man sehr schön, da steht, ähm ... Corrections. Das Sheriff Office Weißdale County. Mhm. Wo wir uns befinden. Und unten ist eine spanische, eine spanische Nachricht, halt für die spanisch sprechende Bevölkerung. Und ich hab mir mal den Spaß gemacht, das zu übersetzen. Und dort steht nämlich, Geständnis mit Tinte geschrieben, in Klammern für Tattoos. Eine Tätowierung am Hals, die ihn verrät, ist der Schlüssel zur Verurteilung eines Mannes aus Leonida. Ah, da haben wir wieder Leonida auf jeden Fall. Genau. Als Region oder so was. Ja, ja, als Region oder Abschnitt oder halt Teil des Bundesstaates vielleicht. Ähm, und ich dachte erst, vielleicht könnte das ein Antagonist sein. Also jemanden, also jemanden, gegen den wir irgendwann antreten. Oder ein Hauptbösewicht vielleicht. Ähm, oder auch ein kleinerer Bösewicht, der irgendwie am Anfang uns das Leben schwer macht. Und den wir dann halt eben da irgendwie überführen. Und wir dachten erst, okay, vielleicht hat er auch das Sheriff's Department übernommen. Und eine Geiselnahme da verursacht oder Sonstiges. Und du hast noch mal auf dieses Bild hier so ein bisschen deinen Blick gelenkt. Genau. Ich kenne mich, muss ich einfach zugeben, nicht so gut mit Sheriff-Abzeichen Auras in den USA. Aber nur dieses Abzeichen mal genommen, sieht man, zumindest vermute ich das sehr gut, Adam und Eva. Alleine weil die Schlange da am Baum runterkommt. Ein kleines Krokodil ist da noch an der Seite so ganz hell, sieht man das. Genau, das ist so ein bisschen, ähm, eventuell auch eine Anspielung auf sehr konservative Positionen. Ja, ja, weil so fundamentalistische Sachen kommen bestimmt. Genau, und gerade jetzt, ich meine, die GTA hat sich ja immer sehr oft den, ähm, Problemen der Gegenwart angenommen. Ja. Ja, und das Thema Polizeigewalt hat die USA lange beschäftigt, beschäftigt sie noch, gerade gegen POC, also People of Color. Mhm. Ähm, George Floyd war ein Riesenthema, war ... Das kommt ja definitiv in irgendeiner Form, wird das verarbeitet werden. Und eventuell ist das auch schon so der erste Hinweis, Hinnicker in diese Richtung, wo man sagt, hey, äh, die Polizei ist ja konservativ und hat vielleicht auch da und hier und da Probleme im eigenen Apparat. Ähm, ist aber nur eine Mutmaßung, wie alles, was wir hier machen. Das, klar, das war ja auch so, bei San Andreas war es ja auch so ein bisschen ein Hauptthema. Da hatten wir dann auch die LA Riots, die ja auch so ein bisschen nachgestellt wurden dann. Und da hatten wir ja auch natürlich korrupte Polizisten, die halt Hauptantagonisten waren. Also, Officer Ted Paddy. Genau. Der gesprochen wurde von Samuel L. Jackson. Das finde ich ein bisschen schade, dass irgendwie weggekommen sind. Also, es wird wieder Kamerus geben wahrscheinlich von, von bekannten Sprecherinnen und Sprechern, so aus Film und Fernsehen. Ähm, aber die Hauptdarsteller werden jetzt nicht wieder von, äh, Michael Madsen oder so gesprochen, also von, von bekannten Schauspielern, sondern da ist ja Rockstar Games gänzlich von weggekommen, hat eher so unbekanntere Sprecher genommen. Ist aber auch mal gut, ist mal erfrisch und dann hört man auch mal ein bisschen andere Stimmen. Und weiter geht's. Da kommen wir nämlich auch zur nächsten Aktivität sehr wahrscheinlich. Ähm. Oder Gang. Oder Gang, beides. Maybe. Ähm, Motorradfahren und auch Quadfahren oder halt so Dirtbikes. Das sieht natürlich schon, man kann natürlich wieder Tricks machen. Und das ist natürlich, ich sag mal so, GTA-Standard, den wir da so ein bisschen bekommen haben. Aber du siehst ja doch die ganzen Details, wie halt sich die Rauchentwicklung ist. Das hatten sie ja vorher schon bei den ganzen Reifen und so. Mit den Reifen durchgegangen. Wo Monsters dann? Und das ist, äh, und hier wird das auch nochmal aufgebildet, äh, aufgenommen. Weasel News. Weasel News, äh, Dirtbike, Dirtbags. Ähm, das ist natürlich dann sehr witzig. Also, scheint es eine bekannte Gang oder halt eben eine Aktivität zu sein, die die Polizei oftmals irgendwie bewältigen muss. Und hier unten haben wir auch nochmal so ein paar Sachen. Mental Patient Wins Vice City Marathon. Mhm. Äh, Leoni D'Amen, da haben wir es mit Florian D'Amen. Sucked up in Waterspout demands the city to buy him a new suit. Also, der wurde irgendwie von einem, von einem Wasser, ich glaub, Waterspout ist von einer Pfütze irgendwie. Kann gut sein. Ist wahrscheinlich in der Pfütze. Äh, so, und dann haben wir, was steht da noch? Ah, da stand irgendwas mit Vice City Girls Officially. Das, das konnte man aber nicht mehr wirklich lesen. Ja, und in der Bomben steht auch unter anderem halt noch dieses Sucks on Motorcycles Terrorizing Vice City. Also, sie sind dafür bekannt, dort Terror zu machen. Ja, also, Fucks halt einfach Gangster, die halt, oder beziehungsweise das sind ja eher, das ist ja ein schwaches Wort für Gangster. Fuck ist ja eigentlich ja so, wie jemand, der stumpf irgendwelche Dinge macht. Ein Schuft. Ein Schuft. Nennen wir ihn einen Schuft. Aber es geht weiter mit wieder einigen, einigen Infos. Ja. In so einem kleinen Bild, wo einfach nur ein etwas korpulenterer, schwarzer Mann in die Kamera guckt. Mhm. Nämlich, äh, der High Rollers Lifestyle. Auch da haben wir das Gleiche wie bei den, ähm, Monster Truck Schlamm Dingen, die wir eben schon gesehen haben. Könnte wieder eventuell ... So ein YouTube-Channel sein, ne? Also, genau, irgendwie ein Social-Media-Kanal sein in irgendeiner Form. Wahrscheinlich offiziell Fernsehen eher nicht. Das Symbol sieht auch so ein bisschen nach Instagram aus, ne? Oder Instagram oder Snapchat, da würden sie sich auch irgendwas ... Irgendwie sowas, ja. ... haben, dass es da auch so eine Form von, 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 ähm, Social-Media-Plattform geben wird. Also, mehr als eine vielleicht diesmal. Ähm ... Genau. Und es geht offenbar auch wieder um Autotuning. Mhm. Weil der linke Wagen dort, der quasi hinter dem Herrn steht, äh, da geht es unter anderem wieder um, äh, den Autoclub, den wir bereits eben hatten. Genau, Customs. Da haben wir wieder Customs. Genau. Was war das für Customs? Das hab ich mir nicht nochmal aufgeschrieben. Sekunde, ich finde das sofort wieder. Aber da auch leider, da ist es halt wieder drauf. Ähm, wo haben wir es denn? Das Ride-Out-Customs. Ah. Und das ist, ja, exakt ... Stimmt, Out-Customs kann man auch so erkennen. Also, diese West-Coast-Customs hinweisen, vielleicht in diese Richtung. Rechts sehen wir außerdem auf dem Wagen hinter ihm noch einmal, ich weiß nicht, ob das ein Radiosender ist oder ein Musiklabel. Ja. Sound-for-Sound. Ach, Sound-for-Sound. Ich meine, das war Sound-for-Sound. Sound-for-Sound, okay. Ja, das könnte ein Label sein. Genau, könnte ein Musiklabel sein. Vielleicht ein Sender, weiß man nicht. Wer weiß, was da untergrundmäßig passiert. Da sind noch ... Sind das da Schallplatten hinten drin, die er da drin hat? Irgendwas hat er da hinten drin. Das sieht fast aus wie Schallplatten. Ja. Und du hast das T-Shirt noch erkannt. Genau, ich hab das T-Shirt noch erkannt. Das ist nämlich Righteous Slaughter. Das ist ja diese Call of Duty-Nachmache, die der Sohn von Michael immer sehr gerne spielt oder gespielt hat. Und da haben wir irgendwas mit O-D-Ops, also haben sie wahrscheinlich so was wie eine Black-Ops-Nachmache einfach. Ja, der nächste Teil. Der nächste Teil oder der zehnte Teil in der Reihe, der zwanzigste Teil in der Reihe. Also Righteous Slaughter ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Selber spielen konnte man es nicht. Ich würde da gerne mal Footage zu sehen, weil du hast halt, glaube ich, immer nicht so viel gesehen. Ja, du hörst es, glaube ich, immer nur. Ja. Und vielleicht kann man es ja auch mal so ein bisschen anzocken. Vielleicht gibt es ja irgendwie so Minigames oder so. Was? Minigames bei GTA? Ach. Also bitte. So. Auch hier ... Hier ist auch noch mal ein bisschen ... Hier sind viele Sachen versteckt. Viel Word-Building ist da drin, ne? Unter anderem Pisswasser? Nein. Pisswasser? Nein. Nein, das bekannte Bier aus GTA V. Hat wieder seinen Revival. Pisswasser? Nein. Ich glaube, Videogame Chronicle oder IGN, irgendjemand hat spekuliert, dass es die alkoholfreie Variante sein soll. Ja. Würde ich glatt ... Das Gerücht würde ich glatt mitgehen. Also Pisswasser? Nein. Passt ja auch. Willst du ein richtiges Bier? Nein. Ja, okay, dann halt nicht. So, es würde passen. Pisswasser ist ja auch diese kleine Not in Richtung Deutschland. Ja. Aber es gibt auch noch mehr Sorten. Hier ist auch noch so ein bisschen Pepsi-Cola und sowas alles, was vermischt ist. Rechts sieht man noch so ein, ja, auch wieder eher so spanischsprachig angehört, das Lavassas. Mhm. Das ist auch noch eine Biersorte. Es gibt, ich erinnere, alles rechts, ganz viele Biersorten. Ja, allgemein Alkohol. Hier ist ja alles wirklich ein Alkohol, was du finden kannst. Also es ist auch wirklich geil modelliert, wie das hier aussieht. Das ist nicht mehr so eine Tapete, so wie bei GTA 3 oder wie bei City oder auch San Andreas zum Teil, sondern es sind halt wirklich richtig modellierte Sachen. Es gibt da vor allem auch noch mehr. Es ist halt nicht nur ein Shop für Alkohol und Getränke, sondern wenn du ein bisschen weiterlaufen lässt und wir die es hier nicht verkacken ... Nochmal. Ja, da. Rechts sieht man zum Beispiel unter anderem auch sowas wie Tupperware, Tupperware, so Dosen oder Aufbehaltungsdinger. Da händen sich aber T-Shirts tatsächlich auch, ne? Das war eine ganze Menge. Da händen sich T-Shirts, die du da anscheinend kaufen kannst? Also so ein 24-7. Das würde einfach, das Ding, wo wir einfach alles haben. 7-Eleven. Ich glaube, wenn du noch ein bisschen weiterlaufen lässt, da müssen die Dosen kommen. Genau. Rechts sehen wir auch nochmal das Loggerbier. Ich glaube, alle kriegen ihr eigenes Bier. Pisswasser ist auch sehr teuer, 15 Dollar für was auch immer. Kiste, Sixpack, Flasche. Aber ja, so ein Gemischtwaren. Und was sich ... Deine Nachricht von vorhin bestätigt sich hier halt, ist halt ihr Bandana, ihr Haltstuch. Dass sie sich halt ... Was sie hochgezogen hat. Vielleicht ist das sogar die Szene, die vor der nächsten Szene spielt, die wir schon gesehen haben, wo sie wegfahren. Genau. Das, na ... Ich hab jetzt nicht drauf geachtet, was Lucia und ... Jason. Jason. Ich weiß nicht, warum hier James steht. Er heißt Jason. Heißt du James? Heißt du James? Nein, er heißt Jason. Er ist Jason. 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 Ob die das anhatten in der Szene, eben keine Ahnung. Aber ja, also sie sind auf jeden Fall so, das Bonnie- und Clyde-Ding wird durchgezogen. Definitiv. Und ich hoffe, dass sie vielleicht auch wieder eine Mechanik haben, so wie bei Red Dead Redemption. Wo man das rauf und runter machen kann. Wo man es selber rauf und runter machen kann, um sich nicht zu erkennen. Oder beziehungsweise bei GTA hatte das auch mit Masken. Da konntest du auch mit einem ... Das war ein bisschen umständlich im Menü, wo du durchformeln musstest, aber es ging auch. Aber in diesem Waffenrad oder in diesem Auswahlrad von Red Dead war das ein bisschen besser. Ich bin eh gespannt auf das Interface. Ja, okay. Also, ich meine, GTA 5 ist jetzt nicht bekannt für ein superschnelles und superspannendes Interface. Also, du konntest ja bei Third-Person-Shootouts, also wenn du halt in der dritten Person halt einfach ballerst, wie du es halt da sagst, konntest du ja nicht mal die Schulter wechseln. Naja. So, das war ja auch schon so ein Ding. Oder in die Karte reinzukommen. Ach, das waren alles so Sachen, die sie hoffentlich besser machen. Ich meine, bei Red Dead 2 haben sie ja schon gelernt, wie das Interface halt aussehen könnte. Ich hoffe, dass es da weitergeht. So. Ich vermute, sie waren in einem Porn-Shop. Nicht Porn ohne R, sondern Porn. Nee, sie sind nur dran vorbeigefahren. Ja, aber vielleicht sind sie auch gerade raus da. Ja. Man weiß es nicht. Aber ja, die beiden sind wieder einmal in diesem Trailer auf der Flucht. Ja. Und im Hintergrund sieht man den guten alten Shop Porn and Gun. Genau. Und daneben quasi zugehörig Gun and Porn. Ja. Wo man halt dann ... Die gebrauchten Waffen vielleicht wieder verkaufen kann. Ja, vielleicht kann man auch Waffen wieder ... Bisschen hin und her schachern. Ja. Und dir ist was Nettes aufgefallen. In dieser Kurve, die Szene ist sehr schnell, wo sie einfach einmal durchballern und weiterfahren. Und zwar ein Schild zu einem Fun-Layer. Genau. Der wieder einmal einen neuen Stadtteil anteasert. Genau. Da muss man wieder ein bisschen vorsichtig zurück. Es ist alles auf Kante hier genäht. Ja. Ich kann trotzdem schon mal sagen, vielleicht habt ihr schnellere Augen als Robert Finger. Ja. Es ist ... Jetzt hab ich's. Port Gellhorn. Ja. Das scheint auch noch mal ein anderer Stadtteil dementsprechend zu sein. Ja. Und auch wieder Hafenstadt offenbar. In irgendeiner Art, weil es halt ein Port. Ähm ... Genau. Aber wir haben ... Alleine in diesem Trailer haben sie schon sehr, sehr viele Stadtteile und Ortschaften vielleicht auch, die davon losgelöst sind. Du weißt ja nicht, wie diese Karte aufgebaut ist am Ende. Ja, sie wird sehr groß sein. Also ... Genau. Ob es einfach wieder viele verschiedene Stadtteile gibt. GTA V hatte das ja nicht so. Die hatten, glaube ich, einen ausgelagerten Stadtteil bei ... Nee, die hatten schon relativ viele Stadtteile. Ja, die hatten einen am See und bei Mount Chili. Nee, die Stadt war relativ ... Ja, ja. Nein, die Stadt an sich. Aber ich meine jetzt wirklich neue Ortschaften. Ach so meinst du das. Und da gab's einmal das Ding am See, wo halt ... Ja, diese ... Genau, dafür, dass sie gesagt haben, dass es ein ganzer Bundesstaat ist, saß dann doch relativ klein aus. Also trotzdem ist die GTA V-Karte riesig. Genau. Aber das ist noch mal ein anderes ... Das Städtchen da beim Holzfällerlager unterhalb von Mount Chiliad. Mhm. Aber das war's dann ja auch. Aber das sind jetzt natürlich keine Sachen, die so was ersetzen können. Und wenn das hier wirklich jetzt Ortschaften sind, größere Ortschaften vielleicht. Ja, mal schauen. Ja, genau. Man weiß ja gar nicht, wie Vice City überhaupt so als Stadt denn, wie groß das überhaupt sein wird. Oder ob das Umland nicht das Zehnfache quasi sein wird. Oder das, sag ich mal, das Doppelte oder so. Mal schauen. Klar, der Fokus wird natürlich ein bisschen auf Vice City liegen. Also ich glaube, viele Sachen werden sich in der Stadt abspielen. Ähm ... Genau. Und jetzt sieht man mal so ein bisschen, okay, die beiden sind halt zusammen. Ne, ist kein Geschwisterpaar. Ähm ... Oder sie haben eine sehr reale Beziehung als Geschwister. Oder das. Oder das. Auch nicht unrealistisch wie in den USA. Ähm ... Aber ja, äh, da sehen wir mal ein bisschen Story. Irgendwie da geht's halt ja um ... Trust war da so das Wort, also Vertrauen. Vertrau zu mir. Die beiden haben wahrscheinlich auch schon einiges durch. Vielleicht ist auch Jason nicht so der beste Freund oder so. Vielleicht ist da auch irgendwas vorgefallen. Vielleicht hat man die Möglichkeit, sie zu verraten. Ich meine, das ging ja bei GTA 5, ging das ja am Ende auch. Je nachdem, für welches Ende du dich entschieden hast. Vielleicht kommt ja auch noch mal so was. Ja, du weißt ja auch nicht, Lucia war im Knast. Wo war Jason? Ja, genau. War der auch mit im Knast? Ist der auch mit am gleichen Tag rausgekommen? Oder hat er sie ... Hat sie sich geopfert für die beiden? Und ist eingebuchtet worden? Kann ... Ich glaube, da wird wahrscheinlich so eine Intromission wieder geben. So wie bei GTA 5. Da, wo du halt eben ... Den Banküberfall. Den Banküberfall hattest. Und dann ... X Jahre später, vielleicht sind's dann halt auch so fünf Jahre später oder Sonstiges, ähm ... Wo vielleicht, wo man eben erst mal Lucia spielt und wie sie dann quasi in den Knast gekommen ist oder was da halt eben zu ist. Oder vielleicht, ob Jason sie nicht sogar da vielleicht verraten hat. Und apropos Überfall? Apropos Überfall, wir sind schon beim nächsten Überfall. Im Übrigen, ich musste bei Lucia ein bisschen denken an ... Ähm, wie hieß noch mal die Schwester von ... Von, ähm ... Wir hatten ihn doch eben. Ja. Von Hector? Was? Victor? Wie hieß denn der Freund noch mal von ... Von CJs Schwester? Caesar. Caesar. Und der hatte doch eine Schwester. Die hieß Palace. Die hieß, glaub ich, auch irgendwas mit C. Ich guck gleich mal nach, wie sie hieß. Cinderella. Ich hab keine Ahnung. Äh, Catalina, glaub ich. Das ist gut möglich. Ich glaub, es war auch was mit Cine. Ich glaub, es war Catalina. Celle? Die ist ja ein bisschen verrückt gewesen. Und vielleicht ist Lucia ja auch irgendwie mit denen verwandt. Vielleicht auch nicht. Ich meine, sie ist ja dann nach Liberty City gegangen und hat ja, äh, hat er den Stumm-Protagonisten aus GTA 3 verraten. Mhm. Das war ja erst ... San Andreas spielte ja kurz vor, GTA 3. Ähm ... Vielleicht ist die ähnlich geartet, ähnlich verrückt. Man weiß es nicht. Ein wenig loko. Genau, ein wenig loko. Aber, äh, da will ich jetzt auch nicht zu viel irgendwie reinapparatieren. Kann auch sein, dass die gar nichts damit zu tun hat. Wär aber vielleicht ne Anspielung. Vielleicht taucht sie irgendwo noch mal auf. Anspielung gegen GTA, das wär ja irre. Das wär also komplett Bananas. Apropos Anspielung, ich hab perfekt den Shot getroffen, wo wir alles relativ gut erkennen können, was wir hier erkennen wollen. Ja. Also, sie sind schon wieder beim Ausrauben. Es ist leider auch der letzte Shot, muss man fairerweise sagen. Genau, genau. Äh, mein Lieblingsdetail in dem ganzen Bild. Ich hab mir die Schilder mal rechts ein bisschen angeschaut. Und mein Lieblingsschild war eigentlich We no longer accept cash stored in underwear. Das ist das hier, ne? Ja, unter dem grühen Ding. Äh, spricht offenbar für die Gegend, dass sie nicht länger Bargeld annehmen, was in der Unterwäsche transportiert wurde. Die Leute scheinen oft nicht mehr zu tragen als Unterwäsche. Du hast ja den Mann gesehen, der seinen Garten gemacht hat. Also, der muss ja auch sein Geld irgendwo lassen. Hier will ich kein Kleingeld von haben. Das kostet 5 Dollar, ja, Sekunde. Ähm, ja, also der Humor und aber auch dieses World-Bildung klappt halt auch schon wieder im Trailer. Definitiv. Also, wir haben natürlich auch hier wieder ne Biersorte, haben wir auch mit drin. Äh, dann haben wir hier Petty Forever. Und, äh, was man natürlich nicht hören kann, ähm, da wollen wir auch Copyright-technisch nicht in eine Bordeauxie kommen. Im Hintergrund hört ihr den Sound von Tonnen Petty, den ich mir aufgeschrieben hatte, der heißt oder sagt Queen mir. Der steht ganz oben. Der steht ganz oben. Der steht ganz oben. Du bist gerade schneller im Dock als ich. Äh, boh, 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 wo hast du da? Ton Petty, Love is a Long Road. Genau. Die Liebe ist eine lange Straße. Passt wahrscheinlich auch zu den beiden? Das passt wahrscheinlich auch zu den beiden. Das ist auch ein wirklich cooler Song. Also, ich mag immer allgemein die Auswahl an GTA-Songs, die immer in den Trailern kommen. Ähm, genau, den hört man da im Hintergrund. Und, äh, genau, das ist wahrscheinlich, denn Petty Forever ist halt diese Anspielung. Man muss halt auch einfach sagen, das sollte aber auch jedem klar sein, der schon ein bisschen länger irgendwie an Gaming interessiert ist, das, was Rockstar uns zeigt in diesem ganzen Trailer, davon ist halt nicht Zufall. Nein, nein. Das ist alles, das sind Hinweise ... Das ist die Wochen auf, dass genau wir solche Videos machen. Wollte ich gerade sagen, die machen solche Videos, damit so zwei Pappnasen wie wir hier sitzen und darüber berichten können, was wir sehen und was es uns sagen könnte. Ja. Und am Ende ist eh alles falsch. Ja, definitiv. Ja, und der letzte Shot ist eigentlich der traurigste Shot für uns. Achso, ich hab hier noch ... Was? Du hast noch mehr? Ja, Pindajo. Pindajo. Oder wahrscheinlich abgeleitet von Pindajo. Das ist ja eine spanische Beleidigung. Si. Ähm, das ist hier wahrscheinlich, das ist auch eine Biersorte. Pindajo cerveza. Hm. Also eine, äh, dementsprechend spanische ... Pindajo ist einfach dumm. Oder Feigling. Du Pindajo. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich dann auch nochmal eine Biersorte. Hm. Die Feigling oder dumme Biersorte. Ja. Und das ist ein ziemlich schöner Shot, um aufzuhören eigentlich. Aber tatsächlich kommen wir dann auch nochmal, hier ist der Schriftzug, ne? Vice City. Also würdest du sagen, die 6, die römische 6, ist jetzt für Vice City? Das ist ja irre. Und ... Aber das ist das traurigste, der ganze Trailer. Coming 2025. Wir haben aber dafür, darüber schon spekuliert, dass, weil geht ... Also Rockstar Games macht ja auch immer die Trailer zwei Jahre, bevor sie rauskommen. So, ne? Und wie gesagt, für PC-Spieler wird's wahrscheinlich noch etwas trauriger. Die müssen halt wahrscheinlich bis 2026 oder auf den schlimmsten Fall 2027 warten. Ähm. Es gab auch einen ... Es wurde ein T-Shirt veröffentlicht mit so einem Zahlencode drauf in GTA Online. Und da ließ sich ableiten, wann der Trailer kommt und ein mögliches Datum. Ich glaube, da war der 4.1. oder so. Der 4.1.25, glaube ich. Das wäre dann akzeptabel, dann ist es nur noch ein Jahr. Ja, dann ist es nur noch ein Jahr. Aber das ist tatsächlich ... Die versuchen, das zu entschlüsseln, weil diese eine Zahlencode hat halt gestimmt mit dem Datum, wann es rauskommt. Auch um wie viel Uhr es rauskommt, das stand da, glaube ich, auch. Gut, das wurde eh alles verworfen, weil dann gab's ja eh diesen Leak dazu. Ähm, aber ja. Nee, 2025 wird, äh ... Unser Jahr. Wird unser Jahr. Wird unser Jahr. Wird so oder so. Auch nächstes Jahr wird unser Jahr. Absolut. Auch 2024 kommen tolle Spiele noch raus. Ja. Aber ja, das war unsere Analyse. Wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist, was ihr auch noch irgendwo anders entdeckt habt oder selber entdeckt habt im Trailer, schreibt es gerne in den Kommentaren, schreibt auch gerne rein, wie doll ihr jetzt gehypt seid auf GTA. Oder eben, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Bei mir hält sich's noch ein bisschen Ränzen, also ich hab total Bock drauf, es zu spielen, aber ich weiß auch, ich bin jetzt nicht so gehypt wie bei GTA 5 damals. Selbst wenn jetzt ein Hype aufkommt, ein Jahr, das dauert. Ja, das verpufft ja, ich meine, also ... Aber sie haben so viel Geld wie nie für eine Marketingkampagne in die Hand genommen, wollen sie in die Hand nehmen. Ja. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Definitiv. Es kommt mindestens noch ein zweiter Storytrailer, wo die Story noch mal ein bisschen mehr erklärt wird. Ich weiß nicht, ob sie auch irgendwann Gameplay zeigen, weil tatsächlich haben sie, glaube ich, Gameplay auch nie vor den Spielen gezeigt. Deswegen wird's so ein bisschen spannend werden, wie auch das Gameplay ist. Und es wird natürlich spannend werden, wann wir Review-Codes bekommen und ob wir's reviewen dürfen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und wann wir natürlich auch die Reviews veröffentlichen dürfen. Weil ich glaube, bei GTA war's ja tatsächlich auch so, dass sie sehr strikte Regeln haben, was die Veröffentlichung angeht. Und ich glaube, die sind teilweise erst so einen Tag davor. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Aber ich glaube, das Spiel wird eh so oft vorbestellt werden. Die haben wahrscheinlich jetzt schon ihr Geld fast wieder drin. Ja. Und ich meine, sie entwickeln ja fast zehn Jahre schon so dran. Also, ich meine, Red Dead Redemption 2 kam 2018 raus. Jetzt sind wir schon eben fünf Jahre später. Also, allein die Zeit haben sie genutzt. Also, das eine Team und das GTA-Team wird ja wahrscheinlich direkt nach dem Release von GTA 5 so ein bisschen schon mit drangesetzt worden sein. Also, erste Konzeption. Also, das ist schon eine Weile in der Mache. Und ich glaube, es wird auch technisch wieder gut werden. Wir schauen mal, was wird. Nein, das machen wir jetzt nicht. Manno, ich war schon so bereit. Du warst schon ... Ja, ansonsten werde ich mir das so sagen als danke fürs Zuschauen. Und bis zu unserer nächsten Traileranalyse 2025 vielleicht.